Musik Die Denkmal als Branchentreffpunkt ist für uns eine zentrale Veranstaltung. Wir haben über die letzten Jahre mitverfolgen können, dass die Denkmal sich weiterentwickelt hat, inhaltlich, aber auch was den Ländermix angeht. Wir als Unternehmen versuchen gerade auch die Denkmal als Plattform für den Kontakt mit Partnern, Kunden, Institutionen aus dem In- und Ausland zu nutzen. Ich glaube, dass die Denkmal im Augenblick etwas bietet, was nicht zu ersetzen ist, nämlich genau diese Schnittstellenfunktion europaweit. Sie ist die Leitmesse und sie expandiert, hat einen guten Ruf und ich glaube, sie präsentiert sich hervorragend. Und das ist im Augenblick so der Grund, weshalb ich sage, Denkmal Leipzig ist unverzichtbar. Musik Musik